Jorge Luis Christian Palo ist ein US-amerikanischer Schauspieler puertorikanisch-äquadorianischer Abstammung. Werdegang Jorge Palo wurde im New Yorker Stadtteil Queens geboren und ist seit 1999 als Schauspieler aktiv. Hauptsächlich tritt er als Gastdarsteller in US-amerikanischen Serien auf. Daneben spielt er aber auch Minirollen in Filmen, darunter Krieg der Welten oder Fast und Furious 7. Hinzu kommen auch Auftritte in Fernsehfilmen. Eine wiederkehrende Rolle spielte er als Marcelino Molina in der Serie The Secret Life of a American Teenager, Filmografie, 1999, Sabrina, Total verhext, 2000, Pacific Blue, Die Strandpolizei, 2001, New York Cops in YPD Blue, 2001, Schamzauberhafte Hexen, 2002, The Shield Gesetz der Gewalt, 2004, Malcolm Mittendrin, 2005, Krieg der Welten, 2006, Numbers die Logik des Verbrechens, 2006, CSI, Miami, 2007, The Unit eine Frage der Irre, 2008, Navy CIS, 2008, A Gunfighter's Pledge, 2008 zu 2009, The Secret Life of a American Teenager, 2009, 24, 2009, CSI, Vegas, 2012, The Mentalist, 2012, Desperate Housewives, 2012, Sons of Energy, 2013, The List, 2013, Don't Pass Me By, 2013 zu 2014, Navy CIS, 2015, Fast and Furious 7, 2015, Frankenstein, 2015, Winn, Lose, Olaf, 2015, Criminal Minds, 2016, Scorpion.